Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Unstutt-Heinig-TV. Ich sitze heute hier, weil Michael Kaufmann mein Gast ist. Herzlich willkommen bei Unstutt-Heinig-TV auf der anderen Seite, Michael Kaufmann. Hallo. Stell dich doch bitte mal vor, wer bist du und was machst du? Ich bin Michael Kaufmann, wohnhaft in Möllhoferstedt und habe mich 2017 selbstständig gemacht als Filmemacher. Und im Laufe der Jahre hat sich daraus die heutige Werbeagentur MicaMedia entwickelt, wo wir Filmaufnahmen machen, Live-Produktionen, Social-Media-Content produzieren und auch Kanäle unserer Kunden, die Social-Media-Kanäle unserer Kunden betreuen. Ich habe eine Verlobte, einen kleinen Sohn und bin in Möllhoferstedt ganz glücklich. Es hat ja einen ganz besonderen Grund, wieso ich mir heute den Michael als Gast an die Seite gesetzt habe. Und zwar wollen wir so ein bisschen über die Entstehung von dem Heimatfilm sprechen, der nächste Woche Samstag am 15. Juni beim Landgemeindefest hier in Möllhoferstedt Premiere feiert. Michael, gib uns doch mal einen kurzen Einblick. Was hat das mit dem Heimatfilm eigentlich auf sich? Der Heimatfilm von Möllhoferstedt ist ein doch recht großes Projekt geworden. Begonnen hat das 2019 damals noch die Gemeinde Möllhoferstedt mit dem Bürgermeister Manfred Müller, der also auf mich zukam und gerne einen Film über Möllhoferstedt haben möchte. Und es gab schon mal einen Film aus den Vor-2000er-Jahren und er wollte gerne noch einen haben. Und dann haben wir das also in 2019 begonnen zu planen. Begann dann damit, dass wir uns erstmal zusammengesetzt haben und grob abgesteckt haben, was soll denn dieser Film erzählen? Welche Themenschwerpunkte soll dieser Film aufgreifen? Und natürlich auch den finanziellen und zeitlichen Rahmen. Das wurde dann so weit abgesteckt, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen das Kulturelle, das Wirtschaftliche, das Infrastrukturelle in Möllhoferstedt darstellen. Weil das tatsächlich alles drei gut funktionierende Punkte in Möllhoferstedt sind. Und hatten dann damals so besprochen, dass wir sagen, okay, wir nehmen uns ein Jahr Drehzeit. Also das wird das Jahr Ende 2019 haben wir begonnen mit dem Weihnachtsmarkt, den unsere GSD immer ausrichtet. Das war sozusagen der erste Dreh. Und von da an sollte Möllhoferstedt ein Jahr lang begleitet werden. Also sozusagen dann wieder bis Weihnachten 2020. Und sollte damals, ja, eine Länge war da schwer abzugreifen, sollte also so eine klassische 30, 45 Minuten Doku werden. Und wir haben dann angefangen in 2019. Und jeder weiß, kam dann auch 2020 entsprechend Corona, was dieses Projekt natürlich erstmal gebremst und auch erstmal zum produktionstechnischen Stillstand gebracht hat, weil wir natürlich keine kulturellen Ereignisse hatten und die auch entsprechend nicht filmisch begleiten konnten. Das heißt, dieser Plan, dass wir Möllhoferstedt ein Jahr lang begleiten, der war nach wie vor da. Aber natürlich würde sich dieses Jahr jetzt, damals war es noch nicht ganz klar, wie weit sich jetzt dieses Jahr streckt. Also es war erstmal klar, wir müssen dieses Projekt über mehrere Jahre dann ziehen, damit wieder diese sämtlichen kulturellen Veranstaltungen stattfinden. Der Fasching in Möllhoferstedt 2020 war dann sozusagen das letzte kulturelle Ereignis, was wir damals dann schon filmisch begleitet hatten. Und dann hat man eine Pause. Und die Pause gab uns sozusagen auch die Möglichkeit, dieses Projekt neu zu denken, neu zu planen. Und als es dann langsam wieder bergauf ging und man auch wieder drehen konnte, also man konnte ja auch unter Corona-Maßnahmen schlecht Filme produzieren, das war auch unmöglich, haben wir dann begonnen, die Wirtschaft und den Gewerbetreibenden, also nicht allen Gewerbetreibenden, aber die, die wir uns für den Filmen da an der Stelle vorgestellt und ausgesucht haben, dass wir die einfach mal begleiten. Also das waren dann, ich sage mal, die prägendsten, also ohne da jetzt jemanden irgendwie zu vernachlässigen, aber wir wollten diese prägendsten infrastrukturellen Einrichtungen in Möllhoferstedt darstellen, sprich Bäcker, Konsum, Fleischer, also die, die wirklich auch einen täglichen Publikumsverkehr haben, die das Dorfbild halt entsprechend auch prägen. Das waren dann, oder auch Friseur und der Hausarzt, was ja auch schon eine Besonderheit ist für Möllhoferstedt, dass man sagt, man hat das alles noch in einem 700-Einwohner-Dorf, kann das auch relativ gut halten und das war für uns eben der Punkt zu sagen, wir nehmen diese Einrichtungen mit in den Film. Auf der anderen Seite ist es aber so, Möllhoferstedt hat sehr, sehr viele Meister, sehr, sehr viele Gewerbetreibenden und da ist es ja auch rein aus Zeitgründen und aus Produktionsgründen in meiner Sicht auch teilweise unmöglich gewesen, alle Gewerbetreibenden und alle Selbstständigen in Möllhoferstedt einen Platz im Film zu geben. Das soll also keinen irgendwie benachteiligen, sondern diente eher dazu, dass wir wirklich diese weitaus vielen Gewerbetreibenden haben, da einen Überblick zu geben, aber dennoch einigen in Möllhoferstedt einen Platz im Film einzuräumen. Das war dann so der Gedanke und das ging dann so weiter und dann konnten wir das drehen, das war noch so in diesen Enden der Corona-Zeiten und dann ging zum Glück 2022, ich sage mal, das kulturelle Leben dann nach einer Winterpause, nach einer langen, wieder los und das war dann für uns das Zeichen, okay, jetzt geht es weiter, wir drehen weiter, das ging dann weiter mit den ganzen Festen, die im Sommer stattfinden, Fußballturnier, Pfingsten, Kinder- und Dorffest, Kirmes, was dann da entsprechend bei uns im Dorf alles stattfindet und das haben wir dann wieder aufgegriffen und waren dann 2023 sozusagen fertig, also es müsste die Kirmes 2023 gewesen sein oder 2022, die war dann das letzte gefilmt haben, 23 wurden dann auch so ein paar Nachaufnahmen gemacht, da entstand schon teilweise so ein bisschen ein Rohschnitt, das heißt, man hat diesen Film schon mal in einen groben Fluss gegossen und dann wusste man, dass an ein paar Stellen Aufnahmen einfach noch fehlen, im Sinne von, dass es ja schön wäre, wenn man die noch hat, das waren dann noch Luftaufnahmen und Aufnahmen vom Industriegebiet, die wir da noch nachproduziert haben, sodass dann der Film 2023, Ende 2023 in den finalen Schnitt ging, ein sehr umfangreiches Projekt und das nahm dann Anfang 2024 das Ende, sodass also im März 2024, April 2024 die finale Filmfassung, wie sie auch dann ausgestrahlt wird, vorlag. Was war denn in den ganzen Jahren, vier Jahre waren es jetzt insgesamt, wo du dich damit beschäftigt hast, was war denn dein persönliches Highlight? Also mein persönliches Highlight war im Prinzip dieser ganze Film. Also einen Film über den eigenen Heimatort zu drehen, der damals auch zum Teil von Fördergeldern finanziert worden ist und dieser Entscheidung in der Entstehung des Filmes zu sagen, Mülberstedt hat mehr zu erzählen. Also ich kriege es aus meiner Filmemacher-Sicht nicht hin, die Geschichte von Mülberstedt in 35 Minuten zu erzählen. Deswegen habe ich dann für mich selber einfach entschieden, diesen Film größer zu machen. Das damit verbunden natürlich auch länger zu machen, weil Mülberstedt mehr Platz braucht, um seine Geschichten zu erzählen. Und da haben wir sicherlich auch nicht alles, das will ich an der Stelle mal dazu sagen. Es gibt sicherlich noch viel mehr Geschichten, schöne Geschichten, vielleicht auch traurige Geschichten, die man hätte erzählen können. Aber das, was im Film ist, ist das unserer Meinung oder meiner Meinung nach, wo ich sage, ja, das ist unser Mülberstedt, so wie wir es kennen und lieben und schätzen. Und das Highlight, also ich will damit keine anderen Dinge in Schatten stellen, aber ich sage mal, so eine Nacht beim Bäcker war schon interessant. Also zu sagen, komm, wir gehen einfach mal eine Nacht zu uns in den Bäcker, damit wir einfach die Aufnahmen auch kriegen. Und der Bäcker bei uns arbeitet halt nur mal nachts, also hieß das für uns, wir gehen 23, 24 Uhr in die Backstube und bleiben dort bis frühes um sieben, bis dann vorne der erste Kunde reinkommt. Das war schon schön. Also wir waren natürlich dann irgendwann auch mit den Dreharbeiten mal fertig. Und dann haben wir einfach da entsprechend mit Brötchen gebacken, mit Matthias Müller. Das war schon lustig und auch schön. Und dass man dann auch einfach Dinge erfährt, wenn man viel Zeit miteinander verbringt in der Nacht, wo man sagt, ja, das war genau richtig, dass wir hier einfach mal eine Nacht waren und auch mit angepackt haben und halt mit Matthias Müller da auch ein schönes Gespräch geführt haben. Beim, ganz faszinierend, beim Friseur Helmut Faupel, der halt tatsächlich mit 90 mittlerweile, in der Aufnahme des Films war er noch 89 oder 88, mittlerweile ist er 90 bei Ausstrahlung des Films, der natürlich ja immer noch mitmacht in seinem Betrieb, den er damals gegründet hat. Und ein reiner Familienbetrieb ist, wo sich aber auch drei Meister drin befinden. Und das ist dann so eine Geschichte, wo man sagt, Helmut Faupel, der Friseurladen, dass das halt sein Leben ist. Das sind Aussagen und Geschichten, die halt schon, die gehen halt runter. Das sind schöne Geschichten, wo man sagt, ein Leben lang mit 90 dort immer noch den Herren, die Haare zu schneiden. Das sind schon schöne Geschichten. Und ja klar, die ganzen kulturellen Sachen, die in Möberstedt stattfinden, wo viele, viele Menschen immer mit anpacken, was hoffentlich auch im Film rüberkommt, dass da ein guter Zusammenhalt da ist, das sind schon die schönen Geschichten. Aber es gibt kein explizites Highlight, wo ich sage, das war wirklich das Highlight während der Produktion, sondern dieses ganze Projekt war ein Highlight tatsächlich. Jetzt würde ich dich mal fragen, ich selber komme mir ein bisschen komisch vor, die Frage zu stellen, aber erklär doch vielleicht mal den Zuschauern, was sie jetzt eigentlich vom Film erwarten können. Ich habe den jetzt ja natürlich auch schon etliche Male gesehen. Aber was zeigt der Film mir denn jetzt eigentlich? Es gibt ja schon, kleiner Verweis, ein Trailer auf YouTube, auf den sozialen Medien, habt ihr sicherlich schon mal gesehen, wenn nicht, einschalten. Aber was kann ich mir jetzt unter dem Film vorstellen? Es ist ein Heimatfilm, der aber weniger in die dokumentarische Richtung geht, sondern die Charaktere und die Menschen, die das Dorfbild auch prägen, die erzählen den Film. Die Leute erwartet einen Einblick in das Leben in Möberstedt in den 2020er Jahren. Und der Film ist dementsprechend auch chronologisch aufgebaut, dass er sozusagen das Jahr in Möberstedt abbildet. Das ist also das, was die Zuschauer da an der Stelle erwarten können. Die Geschichten aus Möberstedt, die Menschen aus Möberstedt und die, so wie Möberstedt halt heute noch sehr, sehr gut aufgestellt ist, das können die Leute von diesem Film erwarten. Einen Einblick in Möberstedt, in das Leben in Möberstedt zu bekommen. Den ganzen Film hast du jetzt natürlich nicht alleine gemacht. Du hattest auch noch ein bisschen Unterstützung. Wer war das denn alles? Ja, das Projekt war ja dann doch recht umfangreich und das ist dann auch eine Produktion, die dann auch einfach nicht mehr alleine geht. Von der Planung über die Produktion, dann ist es ja auch noch so, dass ich auch, ich sag mal, im Dorfleben recht stark integriert bin und mich dann entscheiden musste, also bin ich im Dorfleben mit aktiv und bereite eben Feste mit vor und nehme entsprechend auch selber mit teil und dann kann ich aber schlecht die Dinge auch selber drehen. Das funktioniert halt nicht und ich würde halt schon gerne teilweise auch diese Feste einfach, wie schon mehrere Jahre lang einfach mitmachen und habe dann entsprechend mir Leute rangezogen. Ganz klar natürlich Katharina als meine Schwester und Kollegin an der Stelle, die als dritte Kamera sozusagen viele Aufnahmen gemacht hat, die vielleicht auch terminlich bedingt, also wir haben ja auch noch andere Projekte, die betreut werden müssen und wenn dann terminlich was in Möberstedt anstand, war das zum Beispiel der Punkt, wo von dir viel Material dazu kam. Dann war es ganz klar, war es dann mal Fasching, wo ich selber auch aktiv mitwirke. Da hatte ich dann einen Kollegen, Hans Förster aus Gotha mit rangebucht, der dann entsprechend dieses Faschingswochenende in Möberstedt filmisch begleitet hat und ja, die in den Anfangszeiten, die Nina Genzel, die damals auch Interviews mitgeführt hat, das war die Zeit, wo du noch gar nicht bei uns in der Firma warst, hatte ich da von Nina Unterstützung, die halt tatsächlich die Fragen gestellt hat, also bei diesen Interviews, bei den Interviewszenen und die das Gespräch geführt hat. Dann war Maxi Böhm noch mit dabei, der auch ein bisschen Material mit beigefügt hat und auch Eric Fay, der war Kamerafahrer. Also er hat auch mal eine Zeit lang, das war das Traktor, vom Traktorverein, die Lichterfahrt im Winter und da brauchte ich tatsächlich jemanden, auch der das Auto fährt, damit ich aus dem Auto heraus filmen konnte und das war dann auch Eric, also da hat er auch entsprechend immer mit assistiert und mit unterstützt und das ist so die, genau, das ist so der Stamm der Menschen, die diesen Film mitgeprägt haben. Also auch mitgeholfen haben, dass dieser Film in dieser Form produziert werden kann und natürlich, man wird es auch im Film sehen, Manfred Müller als jemand, der durch diesen Film auch inhaltlich teilweise führt, aus der Situation heraus, dass er halt nun mal auch knapp 40 Jahre Bürgermeister von Mürberstedt war, vor meinen jetzigen zwei Jahren Amtszeit, der diesen Film natürlich auch inhaltlich entsprechend aufbereitet hat und auch wusste, welche Themen in Mürberstedt für diesen Film interessant sein könnten oder interessant sind, die unbedingt mit rein sollten, der da natürlich inhaltlich entsprechend auch zugeliefert hat und auch mit seinem Interview entsprechend dabei waren. Und die, ja, und dann sämtliche Menschen, die natürlich auch dazu bereit waren, einen Einblick in ihre Arbeit zu geben, also dass wir beim Bäcker waren, dass wir im Kindergarten waren, dass wir mit den Vereinsvorständen Interviews geführt haben, also auch diese Bereitschaft, Teil dieses Films zu werden, was uns dazu natürlich verholfen hat, Inhalte für diesen Film zu kriegen, also auch die Geschichten von den Menschen und von den Vereinen zu hören. Also ganz viele Menschen aus Mürberstedt, die sich entsprechend auch bereit erklärt haben, ihre Türen zu öffnen, ihre Geschichten zu erzählen, dass wir dort vor Ort entsprechend auch dann drehen konnten. Was erhoffst du dir denn jetzt von der Filmpremiere nächste Woche Samstag? Das hat den Leuten gefällt. Ja. Mehr kann ich, das ist die Hoffnung, die ich habe. Es ist aus meiner Sicht, es ist ein Geschenk für die Nachwelt, das auf jeden Fall. Also wenn man ihn heute anschaut, ist er zeitaktuell, also relativ zeitaktuell. Also der Film deckt eine Zeitspanne von 2019 bis 2023 ab. Das heißt, heute ist er zeitaktuell. Wenn wir nicht mehr auf der Welt sind, dann ist es Zeitgeschichte. Ja, also in 60, 70, 80, 90, 100 Jahren ist es dann, ja, ein Stück weit Zeitgeschichte, dass man sagt, guck mal, das war Mürberstedt in 2020. Also vor 100 Jahren, theoretisch. Film ist jetzt ein Medium, was, denke ich, sich in irgendeiner Form noch ein paar Jahre halten wird, ein paar Jahrzehnte, in welcher Form auch immer. Aber das ist ein Stück weit auch Zeitgeschichte, dass man sagt, irgendwann wird es historisch, dieses Filmwerk. Aktuell ist es, ja, aktuell ist es einfach ein schöner Einblick in Mürberstedt. Und ich denke, ein Großteil der Mürberstädter wird sich dort auch wiederfinden. Also sowohl bildlich als auch inhaltlich. Und ich hoffe mir, dass die Leute, dass es denen einfach der Film gefällt, also sagen, ja, das war ein schöner Film. Das ist meine Hoffnung. Jetzt ist es natürlich auch so, dass wir in dem Fall keine geborenen Mürberstädter sind. Aber für dich als Zugezogener, wie war das jetzt für dich persönlich für, also ich persönlich würde ja sowieso behaupten, wie wahrscheinlich jeder andere hier im Dorf auch, dass du hier wie Arsch auf einmal einfach hinpasst. Und so, das ist deins. Du warst jetzt Ortschaftsbürgermeister. Du warst, weiß ich nicht, über ein Jahrzehnt. Wie lange wohnen wir jetzt schon hier? Seit 2008. Seit 2008. Sehr, sehr lang von Anfang an mit in allem zu 120 Prozent involviert. Was bedeutet das für dich nochmal persönlich, vielleicht auch die Verantwortung bekommen zu haben für diesen Ort, der dann zu deiner Heimat wurde, zu produzieren und wie du es ja eben auch schon gesagt hast, einen Wert für die Nachwelt herzustellen? Naja, also mit diesem Film möchte ich auch ein Stück weit Mürberstädter eine Art Geschenk zurückgeben. Das ist so die Aufgabe, diesen Film zu machen und dadurch, dass ich ja dann für mich selbst entschieden habe, das Projekt einfach ein bisschen umfangreicher zu machen, ohne dass es von der finanziellen Planung aus 2019 abweicht. Also das Projekt ist nicht teurer geworden für den Auftraggeber. Das als, naja, schon als Art Geschenk zurückzugeben, weil Mürberstädter hatten wir viel gegeben. Ich bin einfach, wir sind zwar aus den Acht hergekommen und ich bin einfach irgendwo rein. Damals hat mich ein Kumpel einfach irgendwie mitgenommen in den Jugendclub und ja, guck mal hier, wir machen das und das. Und ich habe dann einfach mitgemacht. Also ich habe dann einfach, okay, hier wird irgendwie, hier wird was hier passieren, Dinge, hier werden Dinge geplant, hier werden Dinge umgesetzt und habe mich dann einfach dort, ja, Stück für Stück einfach integriert und habe einfach mitgemacht. Und habe einfach da angepackt, wo was benötigt wird. Und ja, war dann eben in dieser Struktur drin und dann diesen Auftrag des Films zu kriegen und über Mürberstädt diesen Film zu machen, ist dann schon was Besonderes, weil man als Regisseur oder als Filmemacher, wie auch immer man das nennen mag an der Stelle, also als jemand, der diesen Film gemacht hat, obwohl ich jetzt selber in diesem Film gar nicht so oft zu sehen bin und gar nicht so oft zu hören bin, weil ich ja meistens hinter der Kamera stand. Aber ja sozusagen durch dieses Schneiden und durch dieses Machen des Filmes auch so ein bisschen natürlich meine Geschichte erzähle. Also jeder Regisseur gibt ja mit seinem Film da seine persönliche Note mit rein. Und das ist dann eher so die Sprache, wie ich mich in diesem Film ausdrücke. Also so wie er geschnitten ist, also so wie dieser Film die Geschichte über Mürberstädt und der Leute erzählt, das ist dann sozusagen meine Sprache. Und das ist das, was ich Mürberstädt zurückgeben möchte. Diesen 114-minütigen Film, der das Leben in Mürberstädt zeigt. Ja, und das war schon was Besonderes, dieses Projekt zu machen. Und es ist aber jetzt auch schön, dieses Projekt auch endlich zu einem Ende zu bringen und auch den Leuten entsprechend zu präsentieren. Wenn du dich von Mürberstädt, von den kulturellen Ereignissen in Mürberstädt für eins entscheiden müsstest, welches Fest? In welchem Zusammenhang? Na, welche Feierlichkeit? Fasching, Pingsten, Kirmes, Kinn und Dorffest und was es nicht alles gibt. Wenn du dich für eine einzige entscheiden müsstest, welches Fest würdest du das ganze Jahr über feiern wollen? Pfingsten. Pfingsten? Ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches vielleicht ihr in Mürberstädt am liebsten das ganze Jahr über feiern würdet oder vielleicht auch, wenn Leute von anderen Ortschaften mal hier einschalten. Welches ist das Fest, was ihr das ganze Jahr über feiern könntet und wollt? Also siehst du dich das ganze Jahr über im Dorf den Rundgang machen und überall klingeln? Pfingsten ist schön in Mürberstädt. Ich war 15 Jahre selber dabei, drei, vier Jahre Platzmeister. Das ist schon für mich persönlich, aber tatsächlich sind alle Veranstaltungen, alle kulturellen Ereignisse in Mürberstädt haben ihren eigenen Charme. Und da gibt es sämtliche Vereine, die ihre eigenen Feste da auf die Beine stellen und da ist alles schön. Aber wenn es rein darum geht, meine persönliche, ich würde das ganze Jahr Pfingsten feiern. Ich glaube, da schließen sich ganz viele an, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ich persönlich finde ja, verglichen mit einer Stadt oder anders gesagt, man kann ein Dorf tatsächlich ja gar nicht mit einer Stadt vergleichen. Aber was mir persönlich die Produktion auch nochmal gezeigt hat, dadurch, dass wir überall mit drin waren, wir waren, wie Micha das ja gerade schon über den Bäcker gesagt hat, wir standen nicht nur vorne und haben unser tägliches Brot gekauft, sondern wir standen mit hinten und haben das Brot mit geknetet quasi, mit in den Ofen geschoben und rausgeschoben. Das hat die Menschen hier nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise gezeigt. Und was ich jetzt damit sagen will, ist, das inkludiert mich jetzt auch, weil manchmal gibt es ja so Menschen, die finden das Dorf vielleicht langweilig oder öde und man verzieht sich eher an die Stadt, weil da mehr los ist. Aber meine Meinung jetzt am Ende, wo man den Film doch etliche Male gesehen hat, ist, dass dieser Film eigentlich zeigt, dass es auf einem Dorf, dass es halt doch durchaus toll, schön und bewegend sein kann, auf einem Dorf zu wohnen. Ich glaube, Daniel Müller hatte das in unserer Filmaufnahme mal gesagt. Ich kann es gar nicht zitieren, ihr werdet es nächste Woche selber hören. Wenn man was für sein Dorf macht, ist es auch gar nicht so schwer, dazuzugehören, weil letztendlich ist es eine große Gemeinschaft und ich denke da immer dran. Ich war früher immer ein ganz großer Fan von Gilmore Girls, vielleicht kennt ihr die Serie. Das ist immer so eine schöne Kleinstadt-Dorf-Feeling und man will auch immer so was haben und dazugehören. Und ich finde, dadurch, dass ich als doch außenstehende Person sehr oft hinter der Kamera war und sämtliche Dorffeste eben gefilmt habe, wenn man einfach gar nicht involviert ist und das als außenstehende Person betrachtet, sieht man da einen Zusammenhalt, der schon sehr, sehr, sehr einzigartig ist und den, finde ich, den gibt es eigentlich nirgendwo anders. Und vielleicht bewegt das auch so ein bisschen die Nachwelt, sich nicht dazu zu entscheiden, in die Stadt zu gehen oder wenn sie weggehen von hier, vielleicht auch wieder zurückzukommen, weil in einem Alter, wenn man Kinder bekommt oder selber Jugendlicher ist, merkt man eigentlich, was das hier für eine krasse Gemeinschaft ist und wie viel das eigentlich im Leben wert sein kann, sowas wie hier zu haben. Und ich finde, gerade du mit deinem Schnitt und was du gerade erzählt hast, wie du die Art und Weise geschnitten hast, bringst du genau das rüber, was ich jetzt versucht habe irgendwie so zu vermitteln. Und was ich auch finde, dass du hast den Film ja auch etliche Male angeguckt und als ich dich zwischendurch mal gefragt habe, ist es nicht mal langsam langweilig, tausend Male diesen Film zu sehen. Und du hast jedes Mal gesagt, du sitzt da und du genießt es, jedes Mal aufs Neue so den Film zu sehen. Das ist jedes Mal, und so war es bei mir auch, ich sehe jedes Mal die Dinge irgendwie doch nochmal anders, als ich den Film gesehen habe. Und ich bin gespannt, wie es bei der Premiere nächste Woche bei euch ist, ob ihr so emotional seid wie wir oder das auch so emotional seht. Ich muss danach jedes Mal heulen. Ich weiß nicht, die Musik, die lief teilweise schon hier. Da habe ich den Film gar nicht gesehen, sondern nur die Hintergrundmusik gehört, wie Micha das geschnitten hat und ich dachte mir schon so, und jedes Mal, als ich den Film jetzt gesehen habe, musste ich danach heulen. Ich glaube, eine Freundin von mir hat auch gemeint, als sie den Trailer gesehen hat, als der online kam, und da hatte sie auch Pipi in den Augen. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber ich finde das irgendwie, weiß ich nicht. Ja, Film ist emotional. Und dann hoffen wir, dass es bei den Leuten gut ankommt. Aber einen Punkt will ich korrigieren. Zusammenhalt in Möberstedt, den gibt es schon auch überall woanders. Also ich glaube, du hast gesagt, den gibt es in der Form nirgendwo anders. Ich will aber nicht, dass das jetzt, glaube ich, falsch verstanden wird. Also jede Gemeinschaft, die das Dorf, jede Zusammenkunft hat, ist in sich einzigartig. Und dort ist an sämtlichen, also ich finde immer, je kleiner das Dorf, desto größer der Zusammenhalt. Das ist so rein mein Empfinden. Aber in jedem Dorf gibt es Menschen, die anpacken, die was auf die Beine stellen. Und da ist jeder Zusammenhalt auf jedem einzelnen Dorf für sich einzigartig. Also die Aussage, dass es das nirgendwo anders gibt, würde ich, glaube ich, an der Stelle nicht bestätigen. Weil das ist schon überall woanders genauso, nur halt auf einer anderen Art und Weise und mit anderen Menschen. Also ganz klar. Das ist also auch hier die Nachbardörfer, was man so mitbekommt. Die machen das auf ihre Art und Weise genauso gut wie wir auch. Das ist das Schöne am Landleben. Möchtest du noch abschließend, was gerade auch für den 15. Juni jetzt nächste Woche, nochmal loswerden? An der Stelle, ja, nochmal eine herzliche Einladung, wer das hier sieht und gerne dabei sein möchte bei der Filmpremiere. Die findet also statt zum dritten Landgemeindefest, der Landgemeinde Unstund-Heinig, bei uns im Park in Möberstedt. Wir haben Festzelt stehen, wir haben LED-Leinwand stehen. Also wir sind wetteranpassungsfähig. Der Film wird ca. 17 Uhr beginnen, Samstag, 15. Juni, 17 Uhr im Park. Davor, wir können das ja mal verlinken, mit dem Landgemeindefest generell, es gibt also einen Programmablauf, es finden davor Dinge statt, es gibt einen Chorauftritt, es gibt ein Seifenkistenrennen. Nach der Filmvorführung, das ist dann ca. 19 Uhr an dem Tag, beginnt dann 20 Uhr der Tanz. Also es gäbe dann auch noch ein Programm nach dem Film sozusagen. Was wir noch gemacht haben, für alle die, die es vielleicht nicht schaffen, den Film aber trotzdem sich gerne anschauen möchten und das auf YouTube tun möchten, haben wir dann, ich sag mal, zum Film selber, es gibt dann so Kärtchen. Das ist der Heimatfilm zum Mitnehmen sozusagen, also den Heimatfilm von Möberstedt, mit dem Titel Möberstedt, der Ort am Rande der Natur. Den wird es auf YouTube geben, kostenfrei, auf unserem Kanal Unschruth-Heinig-TV und dann haben wir hier hinten, ist der QR-Code drauf von dem Film. Das heißt, ihr könnt dann entsprechend einfach einscannen, diesen QR-Code und seid dann direkt bei diesem Film, auf YouTube, auf unserem Kanal und könnt ihn auf Fernseher, Laptop, Smartphone anschauen. Das heißt, diese Kärtchen gibt es zum Landgemeindefest, könnt ihr dann entsprechend mit nach Hause nehmen, für Freunde, Familie mitnehmen. Und was wir auch noch haben, das ist ja, wir sind ja im Film unterwegs, das heißt, so ein bisschen Kino, warum nicht? Wir haben noch so, es gibt auch Popcorn. Also wir haben dann, tatsächlich haben wir hier uns so ein bisschen was Schönes ausgedacht und haben dann hier die Motive aus Möberstedt, die den Film, also was das Titelbild des Films ist sozusagen, gibt es dann in dieser, es könnte auch eine Dönerbox sein, wenn aber, kommt aber Popcorn rein, gibt es dann noch Popcorn, das heißt, auch das gibt es zur Filmvorführung. Da haben wir einfach ein paar Popcorn-Schachtel im Stil des Films vorbereitet, die wird es dann auch geben. Und dann schauen wir uns im Park gemeinsam den Film an. Es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken, da sind wir alle vorbereitet und dann freuen wir uns, euch zu sehen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche Samstag. Kleine Info für euch, wir begeben uns nach dieser Folge in eine kleine, aber feine Sommerpause und hören uns danach dann, oder sehen uns danach dann in dieser Form hier wieder. Bis dahin. Tschüss.